So, herzlich willkommen zu der ehemals Messung. Schön, Estrichfläche. Seht ihr, ne? Freight reingebaut. Das wird nach DIN 18202 beurteilt. Die Enden liegen auf, das seht ihr. So, dann wird gestochen. Passt, 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 passt. Und nochmal Bonus-Content, Oberflächenfestigkeit. Guck mal, wie schön dieser Estrich ist. So, jetzt passt auf. Wenn die Oberfläche Funke hergibt, dann kannst du dir vorstellen, was für eine schöne, feste Oberfläche wir hergestellt haben. Und nochmal für alle, vor allem für den Planer, ist eine Scheinfuge. Es wird ja immer bezeichnet, dass eine Trennfuge ist. Jetzt passt auf. Das ist auch eine Trennfuge, aber das heißt eine Bewegungsfuge. Das hat den Unterschied. Beide sind getrennt. Und zum Schluss gratulieren wir den Gipser. Er hat angefangen zu spachten und die Landdämmsteifen sind dran. 100 Points. Respekt.